Denn das ist wirklich einfach Schmutz gewesen. Achso, da haben wir das Video schon durch. Perfekt. Jo, Freunde der Reportagen, das ZDF dachte mal wieder, dass es eine richtig gute Idee ist, eine neue Reportage über Feminismus und Gleichberechtigung zu drehen. Das Ding ist, wir müssen an der Stelle nochmal festlegen, wir sind natürlich feministisch, wir setzen uns für Gleichberechtigung von Mann und Frau absolut ein, mein Chat genauso. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache hier. Jetzt kommt es aber immer darauf an, dass ZDF bzw. ZDF Neo hat hier teilweise Sachen rausgehauen, die extrem... ...die Bewertung des Videos spricht mal wieder Bände. Und ja, ganz ehrlich, ich frage mich das gleiche wie dieser Kommentar hier. Also was anderes kann es ja eigentlich langsam nicht mehr sein, oder? Wir reagieren da ganz neutral drauf, Chat. Fassen kann man das Video mit diesem Ausschnitt hier. Feministen momentan sind einfach wie Linksradikale, nur ein bisschen nerviger. Also das Ding ist, man kann ja sagen, was man will, es braucht da halt Extreme, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Das ist ja so, ne? Das ist richtig, ja. Das ist ja so, es hat ja, es hat ja, es hat ja leider sonst mit friedlichem und hey, wir wollen nicht und so leider nicht funktioniert, also braucht es. ... diesen Typen wirklich einfach, gebt dem bitte eine eigene Funkshow. Dafür würde ich gerne GZ-Gebühren zahlen. Anfangen tut die Reportage allerdings so. Weiß ich jetzt nicht, Kuchen. Der hat den Chef auch nur mit seinem Augenklimpern überzeugt. Naja, aber Kaffee kochen kann er bestimmt. Und schön anzusehen, das ist ja irgendwie halt auch, ne? Habt ihr sowas schon erlebt? Wahrscheinlich eher nicht. Aber andersherum wahrscheinlich schon. Stimmt, weil negative Geschlechterrollen gehen natürlich nur in eine Richtung. Ich meine so... Ne, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist, das ist, das ist BS, das ist BS so, aber obviously ist Sexismus gegenüber Frauen deutlich weiterverbreitet als gegenüber Männern. So, ne? Was wie... Klar, das mag jetzt an der Stelle wieder ein bisschen overacted sein von ZDF, aber... Hm, du als Mann kannst bestimmt gut bohren. Öh, jetzt heu mal nicht rum, du Weichei. True, das gibt es auch. Indianer kennt keinen Schmerz. Das gibt's bei Männern natürlich überhaupt nicht. Dann hauen sie sich auf die Arten. Wobei ich halt schon sagen muss, dass ich... Und stecken rein. ...ziemlich gut im Bohren bin. Hm, Ellis Mutter? Komm doch mal vorbei. What the fuck? Wir haben Männer... Hast du nicht ne Frau und ne Kind? ... gefragt, was sie selbst dazu sagen. Und Feministen und Feministinnen gefragt, was sie sich wünschen. Ah ja, das ist auf jeden Fall sehr fair. Also man hat Männer gefragt, weibliche Feministen und männliche Feministen. Aber einfache Frauen, die hat man einfach außen vor gelassen. In einer Reportage, wo es quasi um Frauen geht. Das klingt auf jeden Fall sehr fair. Ich finde, dafür sollte es eine Quote geben. Sie dürfen wählen, sie dürfen alles studieren, sie dürfen in jedem Beruf arbeiten. Aber es gibt noch genug Ungleichheiten. Ja, da hat sie wirklich ganz recht. Denn es gibt viele Studien, die nahelegen, dass Jungs in der Schule benachteiligt werden. Das erklärt alles. Das ist ein schwieriger Ansatz, Bro. Das ist ein schwieriger Ansatz, Bro. Es ist ja obviously so, dass es eine Gender Pay Gap gibt bei Männern und Frauen. Nochmal, ich glaube, Ziel der Doku ist ja nicht, Sexismus gegenüber Männern zu diskreditieren oder zu sagen, den gibt es nicht. Und ja, es mag auch sein, dass es sicherlich so ist, dass Jungs im Bildungssystem benachteiligt sind. Nur, also, das ist jetzt ein bisschen... Außerdem haben es auch Männer schwieriger beim Sorgerecht oder generell bei einer Scheidung. Ja, safe. Aber das ist ja nicht Teil der Doku, oder? Ach so, es geht nur um die Probleme von Frauen. Hast du die Doku gesehen? Nee, du? Ah. Aber ich glaube, es geht ja hier innerhalb dieser Doku um Feminismus und nicht über Sexismus gegenüber Männern. Ich dachte, hier geht es um Gleichberechtigung, aber das geht nur in eine Richtung. Okay, dann machen wir mal weiter. Ja, Gleichberechtigung und Feminismus ist letztendlich eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. True. Feminismus setzt sich für eine Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Aber ich glaube, das war nicht Kontext der Doku. Also, es ist so ein bisschen Whataboutism. Genau das, ja. Wer kümmert sich in der Pandemie oftmals um die Kinder? Die Mütter. Der Anteil der Familien, in denen die Frau die Kinderbetreuung vollständig übernimmt, hat sich im vergangenen Jahr von 8 auf 16 Prozent verdoppelt. Okay, und wo genau ist jetzt euer Punkt? Wenn ich in meiner Familie abspreche, dass beispielsweise die Frau zu Hause bleibt und ich als Mann weiter arbeiten gehe, dann hat das ja nichts mit Benachteiligung zu tun, weil wir als Familie das gemeinsam abgesprochen haben. Und die Frau wurde da wahrscheinlich auch gefragt, was sie machen möchte. Ich verstehe hier ehrlich gesagt den Punkt nicht so ganz, aus dem ihr hinaus wollt. Hier wäre zum Beispiel eine mögliche Ursache, dass Frauen eher in Branchen arbeiten, die während Corona geschlossen gewesen sind. Also zum Beispiel im Restaurant oder Hotelgewerbe. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Ich nehme einfach an, das spielt ein Stück weit die traditionelle Geschlechterrolle einfach ein, dass halt einfach von Frauen zum Teil erwartet wird, dass sie halt zu Hause bleiben wahrscheinlich, oder? Also das kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Die Arbeitsagentur hat zum Beispiel eine Übersicht über alle Branchen mit der Geschlechterzugehörigkeit erstellt. Allerdings ist das leider vom Jahre 2018. Dort kann man dennoch sehen, dass vor allem im Sozialwesen, in der Erziehung, in Dienstleistungen... Gut, das mag dann aber mit einspielen. Und im Gastgewerbe vor allem Frauen arbeiten. Genau die Zweige, die am meisten geschlossen worden sind. Dazu sieht man hier noch deutlich, dass Frauen sehr viel häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Und wenn ein Elternteil zu Hause bleiben muss, um sich um die Kinder zu kümmern, dann wird das wahrscheinlich eher der Elternteil sein, der weniger verdient. Das ist tatsächlich so, da eine Frau im Regelschnitt leider Gottes weniger verdient als ein Mann, macht es halt Sinn. Beziehungsweise ist es halt finanziell gesehen, rein wirtschaftlich, wahrscheinlich dann oftmals die Entscheidung, die Frau bleibt zu Hause, ja. Sonst wäre man ja wahrscheinlich pleite und das möchte man auch nicht unbedingt. Also kein Plan, was sie damit jetzt beweisen wollten, weil sie gehen auch nicht weiter darauf ein. Im Jahr 2020 haben Frauen 18% weniger verdient als Männer, also durchschnittlich 18,62 Euro pro Stunde und Männer 22,78 Euro. Diese 18% sind übrigens der unbereinigte Gender Pay Gap. Das bedeutet, dass hier einfach alle Verdienste von Männern mit einem Verdiensten der Frauen in einen Topf geworfen werden und dann wird geguckt, wer im Durchschnitt mehr verdient. Das Ganze ist natürlich ziemlich dumm, weil da ein Arzt mit einer Reinigungskraft verglichen wird. Das kommt nochmal dazu, da wird auch sowas wie Bildungsniveau und soziale Herkunft und sowas komplett außen vor gelassen tatsächlich. Ähm, das ist richtig, das müsste der Bereinigte betragen werden. Ja, damit es die Statistik wieder am Arsch wird und es ist ja klar, dass der Arzt ein bisschen mehr verdient. Der bereinigte Gender Pay Gap, wo solche Sachen außen vor gelassen werden und man wirklich nach gleicher Qualifikation und gleichem Berufsstand guckt, liegt zum Beispiel bei gerade mal 6%. Aber trotzdem immer noch 6%, immer noch kritisch, der sollte bei 0% liegen. Also schon dreimal niedriger als der, der im Video gezeigt wird. Wieso wohl? Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, okay, dann sind diese 6% ja aber wirklich diskriminierend, oder nicht? Naja, nicht so ganz. Zwar wird das schon nach Qualifikation und so weiter geguckt, allerdings sagt das Statistische Bundesamt dazu selber, dass es einige Faktoren gegeben hat, die man einfach nicht mit einberechnen konnte. Einige lohnrelevante Faktoren, wie zum Beispiel die familienbedingte Erwerbsunterbrechungen, wurden hier einfach nicht einberechnet, weil es da keine Zahlen für gibt. Es sind also nicht alle relevanten Faktoren hier mit eingeflossen, das heißt, man sollte sich, wenn man dazu irgendwas sagt, ein wenig zurückhalten. Es gibt eine Studie, die das Ganze vor ein paar Jahren untersucht hat. Und die hat herausgefunden, dass man nicht zu 100% sagen kann, dass es sich beim Gender Pay Gap tatsächlich um eine Diskriminierung von Frauen handelt. Eine Follow-Up-Studie von N. Consta hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen deutlich ängstlicher und nervöser unterwegs sind als Männer. Das ist aber auch einem gewissen Sexismus geschuldet, weil du dich als Frau wahrscheinlich einfach nicht so wohlfühlst in dem Fall, weil dir wahrscheinlich ein männlicher Vorgesetzter, da, ich nehme einfach auch da mal an, dass das auf einer... Das ist ja auch so ein historisches Ding, das war ja schon immer so. ...historischen, auf einer historischen, psychologischen Tradition fast, leider Gottes Willen, schon basierend ist. Weißt du, was ich meine? Also hier zu sagen, ja, nur weil die Frauen sich nicht durchsetzen, ist eine sehr, sehr schwierige, in meinen Augen, Aussage. Wie verteidigt die so? Nein, ich verteidige nicht als ZDF. Ich sage halt nur, ich lutsche auch nicht beim ZDF. Es sind auch Sachen aus dem Kontext gerissen vom ZDF. Nur ich finde hier teilweise Dinge, die Tim hier sagt, nicht ganz... Das ist nicht ganz... Da fehlt der Kontext so ein bisschen. Besser abschneiden als Frauen. Ja, ja, klar. Sowieso, wir reagieren hier gerade nur auf seine Reaktion auf die Doku. Nee, aber ich denke persönlich halt mehr, dass die 6% definitiv diskriminierend sind. Ich habe es mal erlebt, dass ich gleichzeitig mit einem Mann eingestellt wurde für die gleiche Arbeit. Und Monate später haben wir dann über unser Gehalt gesprochen. Und dann kam raus, dass ich 230 Euro pro Tag verdient habe und er 280. Das ist halt einfach genauso dumm und hat jetzt auch einfach null Aussagekraft. Erstmal natürlich auch Quelle, vertrau mir, Bruder. Aber ich will ihr auch gar nicht vorwerfen, dass das nicht stimmt. Aber journalistisch gesehen ist es halt einfach absoluter Müll und hat gar keine Aussagekraft. Hier werden einfach zwei Gehälter miteinander verglichen, ohne dass wir irgendwelche Hintergrundinformationen haben. Es gibt kein festes Gehalt, was man einfach bekommt, wenn man eingestellt wird. Sondern es gibt viele Faktoren, die relevant dafür sind, wie viel Geld du bekommst. Steuerklasse und so weiter und so fort. Das mag halt darauf natürlich auch... Sie vergleicht hier einfach zwei Gehälter, ohne uns irgendwelche Hintergrundinformationen oder whatever zu geben und behauptet jetzt einfach, dass das ja mehr... Man kann halt sagen, was man will, aber 280 Euro pro Tag ist lächerlich wenig. Das würde ich nicht mal... Da würde ich mich nicht mal in einer Stunde mit zufrieden geben. Blinzeln mal kurz. 280 Euro verdient. So ein Ding nämlich. ...diskriminierend ist. Der Lohn wird aber durch viele verschiedene Faktoren verändert. Hier sind zum Beispiel mal einige. Der Abschluss, Weiterbildungen, Praktika, Berufserfahrung, Verhandlungsgeschick, Arbeitszeugnis, schon erbrachte Leistungen, die man vorzeigen kann. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Punkte, aber das sind so die Dinge, die ich herausgefunden habe. Und du stellst dich jetzt einfach hin und sagst, naja, aber wir wurden gleichzeitig eingestellt. Über die Qualifikation von euch beiden sagst du einfach gar nichts. Ja, das ist bestimmt mega krass diskriminierend gewesen. Und das soll jetzt auch gar kein Front sein. Wobei irgendwie ja schon. Aber wenn du solche Reportagen wie das veröffentlichst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du weniger verdienst. Weil anscheinend bist du nicht wirklich gut darin. Es wird natürlich auf diesen Punkt auch nicht weiter drauf eingegangen. Es ist ja auch nicht so, dass man da noch irgendein... True, da muss ich da... Das ist halt einfach so ein bold statement. So, ja, ich... Was du sagen könnte. Sie machen dann so weiter. Der die Quote unter anderem auch auf Vorstände erweitern möchte. Damit sich bei dem Thema Frauen in Führungspositionen endlich mehr tut. Damit sich endlich mal was tut. Sie behauptet jetzt also einfach, dass es vor der Frauenquote keinen Unterschied gab, wie viele Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten in den Top-Unternehmen in Deutschland gewesen sind. Ich hab halt Realtalk einfach zwei Minuten gegoogelt und kann dir jetzt das Gegenteil beweisen. Hier sieht man beispielsweise den Fraueneinteil in Aufsichtsräten, der Top-100-Unternehmen in hellblau und Top-200-Unternehmen in dunkelblau. Hey, Digga, aber es hat sich schon einiges getan und entwickelt und das ist wichtig. 50-50 wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist einfach der Aufgrund der... Ja, fast schon Qualifikation und so weiter sofort wahrscheinlich undenkbar leider. Bedeutlich ist, dass die Zahlen seit 2006 fast ohne Unterbrechung gestiegen sind. Auf der Zeit ca. 30%. Die Frauenquote ist allerdings erst 2016 in Kraft getreten. Und wenn man mal so schaut, dann sieht man, dass sich die Zahlen seitdem nicht stärker gewandelt haben als vorher. Auch in Vorständen ist die Frauenquote der Top-100- bzw. Top-200-Unternehmen seit 2006 fast ohne Unterbrechung gestiegen. Ja, aber die Zahlen zeigen ja trotzdem, dass es immer noch zu wenig ist, ne? Oder? Würdest du ja auch so sehen. Von 0,2 bzw. 1,2% auf der Zeit immerhin 11,5 bis 13,7%. Zu sagen, dass die Quote also endlich was geändert hat, ist halt einfach kompletter Mist. Denn auch vorher gab es schon einen Wandel in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen. So langsam weiß ich, warum du weniger verdienst. Beide Mutter und Vater arbeiten nur vier Tage die Woche und teilen sich gleichermaßen die Kindererziehung. Dann könnten beide sich beruflich weiterentwickeln und hätten mehr Zeit für Hobbys. Hier geht es darum, wie man das Modell der Familie verändern kann, damit beide mehr Freizeit, aber auch Karrierechancen haben. So, ich würde jetzt sagen... Könnt ihr auch einfach mal die Frau Zigaretten holen gehen. Ich würde sagen, einfach keine Kinder. Ja, auch gut. Einfach keine Kinder, das ist der Lifehack. Dann wird Trimax wahrscheinlich irgendwann halt arbeitslos werden, aber gut. Hier sollen jetzt beide Partner nur noch vier Tage arbeiten. Und ja, die Vorteile klingen natürlich erstmal sehr gut. Beide können Karriere machen, beide können sich um die Erziehung kümmern und beide haben auch noch mehr Freizeit als vorher. Allerdings macht das halt überhaupt keinen Sinn. Denn wenn du nur noch vier Tage die Woche arbeiten gehst, dann fehlt dir halt jede Woche acht Stunden Arbeitszeit gegenüber jemandem, der fünf Tage arbeitet, weil er das Ganze trotz Familie macht oder weil er vielleicht allein... Aber das ist ja generell ein Wandel, so drei Tage, drei Tage, Woche und so, vier Tage, Woche ist ja sowieso... Ist ja sowieso mit Leitzeitmodellen und sowas in vielen Betrieben sowieso schon teilweise so, dass du halt durch Überstunden und sowas 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 schon hast, ne? Einstehend ist, nehmen wir mal an, du arbeitest im Jahr 45 Wochen. Dann wären das alleine in einem Jahr 360 Stunden an Arbeitszeit. Gerade bei Beförderungen oder Gehaltserhöhungen lieben es Chefs einfach, wenn du nur vier Tage die Woche da bist. Weil damit steigt man dann wirklich auf. Gerade wenn deine Konkurrenz fünf Tage die Woche da ist und jeden Tag acht Stunden arbeitet. Eine gute Sache hat das allerdings. Weder der Mann noch die Frau wird Karriere machen. Das ist deutlich besser. Aber ich glaube der wichtigste Tipp ist, als Mann Frauen zu fragen. Sozusagen einmal zu fragen, was bedeutet Sexismus, wie fühlt sich das an, warum ist das ein Problem? Jetzt wollen sie uns noch drei Tipps geben, wie man Frauen bei Sexismus unterstützen kann. Erstmal generell die Frau zu fragen, wie es sich anfühlt oder wie das ist, ist schon mal ziemlich dumm. Denn nur weil die Person eine Frau ist, ist sie kein Experte auf diesem Gebiet. Wenn ich Krebs habe, dann bin ich ja auch kein Experte beim Thema Krebs, oder doch? Und natürlich muss ich die Frau fragen, wie sich sowas anfühlt. Als Mann kann man ja bekanntermaßen keine sexistischen Erfahrungen machen. Puh, die Männer haben wirklich Glück gehabt. Ein Mann, eine Frau beträgt, wie verhalte ich mich als anderer Mann, der das beobachtet? Ich verhalte mich genauso, wie wenn ich andere asoziale Aktionen von anderen Menschen sehe. Ich schreite ein und versuche der Person zu helfen. Falsch, man nimmt das Handy raus und macht einen TikTok. Ja, aber es ist schon auch ein bisschen Quatsch, was er gerade erzählt. Also natürlich hat eine Frau eher Ahnung, wie es ist, sexistische Probleme als Frauen zu haben. Das ist halt das Ding so, weil eine Frau hat einen Alltagssexismus, er erfährt als einen Mann. Natürlich. Und der Sexismus, der sich gegenüber uns Männern richtet, das ist eher so auf einer emotionalen Schiene. halt dieses so, sei doch stark, du bist doch ein Mann und sowas und zeig, dass du auch traurig und Emotionen und sowas hast, zeig das gar nicht. Aber mal Real Talk, das ist doch eher von Mann zu Mann. Das sagt doch nicht eine Frau zu dir. Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, es wird halt oftmals auch von einem Mann teilweise erwartet, dieses starke Bild in der Gesellschaft zu vertreten und sowas. Aber im Endeffekt ist das, was er da halt sagt, muss ich auch sagen, ein bisschen schwierig, weil natürlich weiß eine Frau wahrscheinlich eher, wie es sich anfühlt, unter Sexismus zu leiden als ein Mann. Weil ein Großteil der Frauen das halt einfach schon mal erlebt hat. So, das ist halt so. Gerade im Berufsleben. Vollkommen egal, ob da irgendein Mädel bedrängt wird, irgendeine Person rassistisch angemacht wird oder irgendjemand getreten wird. Wobei, da würde ich ja weglaufen, mit meinen Muskeln werde dann ich noch geschlagen. Das geht nicht. Was hat das Ganze denn damit zu tun, ob es sich hierbei um eine Frau oder einen Mann handelt? Man sollte doch bei sowas immer einschreiten, oder nicht? Insgesamt ist diese Reportage mal wieder... Also, dass diese Hyperbe von wegen Experte, so jemand, der krebserkrankt ist, steht gerade auch noch mal im Chat, der wird wahrscheinlich sich mehr mit Erkrankheit auseinandergesetzt haben, als jemand, der nicht krebserkrankt ist. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es geht ja nicht darum, dass du eine maximale Expertin bist, sondern primär Erfahrungsberichte teilen kannst und vielleicht erklären kannst und einen Einblick geben kannst, als dass du jetzt sagst, ich bin Expert auf diesem Gebiet, hör mir zu. Unfassbar schlecht. Es werden einfach irgendwelche Dinge behauptet, die nicht mal mit Quellen belegt werden. Es wird doch gar nicht in die Tiefe gegangen, sondern ganz oberflächlich einfach irgendwelche Sachen behauptet und die stimmen dann natürlich. Das ist das Gleiche wie, sag ich mal, ich als Weißer zum Beispiel habe, so zumindest hier in Deutschland, selten wirklich benachteiligt aggressiven, strukturellen Rassismus erlebt. Ja, wie denn auch? So, ich bin Kartoffel genannt worden und so weiter und so fort. Das ist nochmal eine whole nother Bubble, ob man das in Rassismus zuordnet und so weiter und so fort, will ich gar nicht aufmachen, das fass. Aber Kollegen von mir, die halt tatsächlich dunkelhäutig sind oder halt aus dem Ausland kommen oder nicht so gut Deutsch gesprochen haben, zum Anfang, die haben das ganz anders wahrgenommen. Die können einem ein ganz anderes Bild dessen vermitteln, wie es halt gewesen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Deshalb ist es wichtig, sich mit Betroffenen direkt zu unterhalten und ein besseres Verständnis dazu haben. Es ist halt viel Whataboutism, was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist, ja. Obwohl ich hier im Video auch einfach das Gegenteil beweisen konnte. Ich will es nur nochmal sagen, ich weiß, warum du weniger als der Mann verdient hast. Und das Ganze übrigens doch absolut zu Recht. Ich meine, es ist auf so einer satirischen Ebene so, ich check ja auch, Tim provoziert und act ja auch gerne an und so. Auch wenn ich den Typen nicht kenne, weiß ich, dass er nicht schlechter als du arbeiten wirst. Keine Ahnung, was sie mit der Reportage erreichen wollten, außer wieder GEZ-Gebühren aus dem Fenster zu werfen. Denn das ist wirklich einfach Schmutz gewesen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Das war jetzt auch sehr komprimiert. Es waren jetzt vier, fünf Negativfakten und der Rest der Doku, der ist eine halbe Stunde lang. Das hat natürlich jetzt auch sehr selektiert gewesen. Aber gut. Na ja gut. So ist es.